Strahlender Sonnenschein beim traditionellen Anhockeln des TC 1899 Blau-Weiß. Für die Herren ist das Unternehmen Erste Bundesliga zwar bereits seit dem vergangenen Spieltag rechnerisch wieder Geschichte, aber trotzdem will man am Roseneck zeigen, dass die Mannschaft auch den Top-Teams der Liga auf Augenhöhe begegnen kann. Allerdings nicht in diesem Spiel und nicht gegen diesen Gegner. Der Champions-League-Teilnehmer aus Mannheim ist dann doch noch eine Nummer zu groß für die Männer von Trainer Stan Husmani. 0 zu 10 heißt es am Ende eine bittere Niederlage, die Co-Trainer Maximilian Donnermeier auch wegen des Auftritts seines Teams besonders schmerzt. Die Frage ist halt am Ende des Tages, wie verkauft man sich? Und da hat uns heute leider vor allem die richtige Mentalität gefehlt, der Einsatz und auch die notwendige Energie, die wir aufgebracht haben, defensiv vor allem. Und am Ende des Tages waren das keine Traumtore, die Mannheim geschossen hat, sondern eigentlich nur einfache Tore mit Passspiel und einem Mann am langen Pfosten, der ihn reinmacht. Und da hat es bei uns heute einfach gefehlt, defensiv. Auf dem Nachbarplatz bereitet sich der Nachwuchs derweil darauf vor, es später einmal besser zu machen. Während der Grillbetrieb den übrigen Vereinsmitgliedern unmissverständlich den Start der Sommersaison anzeigt. Besser als die Herren in Liga 1 stehen die Blau-Weiß-Damen in der zweiten Hockey-Bundesliga da. Als Aufsteiger führen sie die Tabelle souverän an und das soll sich möglichst auch gegen schlusslich Bietigheim nicht ändern. Zunächst aber beginnt die Partie mit einem Schock für die Berlinerinnen. Die munter aufspielenden Gäste vom Rhein bereits in der zweiten Minute mit der 0-1-Führung nach dieser perfekt verwandelten Strafecke. In der Saison ist es aktuell eine ziemliche Stärke von uns, so einen Rückstand souverän wegzustecken und da geduldig weiter zu spielen. Und die Damen von Trainer Henrik Gey antworten dann auch prompt. Er zwingen ihrerseits eine Strafecke, die Annika Groß zum verdienten Ausgleich verwandelt. Das erste Tor aus dem Spiel heraus bringt dann die Führung für Blau-Weiß. Leonie Bösser und Annika Groß mit toller Vorarbeit. Ehe Kira Angerer dann zur Stelle ist und zur 2-1-Führung einschiebt. In Minute 23 ist es dann erneut eine Strafecke, die den Berlinerinnen die 3-1-Führung bringt. Also insgesamt denke ich, hat Bietigheim hier einen ganz guten Fight geliefert über weite Strecken, haben auch mutig gepresst. Da mussten wir uns erstmal reinfinden und das haben wir dann nach im zweiten und Viertel, auch im dritten Viertel echt gut hinbekommen. Und dann glaube ich am Ende auch verdient gewonnen. Am Ende schlägt Blau-Weiß Berlin die Damen vom Bietigheimer HTC auch in dieser Höhe verdient mit 4 zu 2. und darf so langsam mit der Planung für die erste Bundesliga beginnen.